Musik Brosius auch dabei, Leistner, ASV da mit viel Körper. Oh na na, jetzt, da muss der Ball vielleicht mal hinkommen, so zwischen Elfer und Fünfmeter Linie. Kittel, da kommt der Ball auch rein, Kopfball aufs kurze Eck und Tor, Tor für den ASV, der flippert die Kugel irgendwie rein. Der Mann, der überall ist, die Ecke, die kommt so zehn Meter vor das Tor, dann köpft ihn Ambrosius auf die linke Seite, vier Meter vor das Tor, da steht Dudziak, der ihn einfach... Ja, Dudziak im Stile eines Hampelmannes, mit dem Oberschenkel angenommen, mit dem rechten und mit dem linken Außenriss reinge... Also, eine Vorlage aus dem Bilderbuch. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.